Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Schön hässlich in Rostock. Wir sind hier zur Paint Club Battle League. Das ganze ist ein Street Art Battle. Und hier wird nicht gesprüht, sondern hier wird mit Markern Kunst gemacht. Und es ist eine super geile Sache. Schaut es euch an. Wir haben einen Gewinner! Wir sind mit dem Zug nach Dresden gefahren. Und heute ist Paint Club Battle League. Nämlich das Finale. Und hier sind jetzt die Gewinner aller Vorausscheide. Chefkett ist heute hier. Deswegen volles Haus ausverkauft. Yo, hot rein! Ciao, ciao! Wir sind mit den Weg, den Gremien im Rooo. Wir sind mit den Gremien. Ihr müsst euch in die Werbung dann aber mit der Gremien. Wir haben das für alle Gremien! Wir sind mit dem, dass wir die Werbung gewinnen. Dein... 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 Dein...